Eine Botox-Behandlung kann auch natürliche Ergebnisse hervorbringen. Vor allem dann sollte man so eine Behandlung durchführen. Wenn die Faltenbildung wie hier sehr stark ausgeprägt ist, dann muss man allerdings auch sagen, dass es harmonisch zum Gesamtgesicht passen muss. Also man kann nicht die Zornesfalte einfach nur sehr glatt bekommen oder ganz glatt bekommen und dann den Rest des Gesichtes nicht. Das würde auch nicht natürlich aussehen. Die Patientin hier möchte nur, dass es etwas harmonischer herausscheint am Ende und das machen wir hier auch für sie. Es wird auch nur zusätzliche Hyaluronsäure-Behandlung, wie man hier sieht, gerade durchgeführt, damit es halt das optimale Ergebnis hier auch in Kombination und auf allem ein natürliches Ergebnis hier in Erscheinung tritt. Sie wird in zehn Tagen nochmal zur Kontrolle kommen und dann denke ich, kann man auch hier ein sehr, sehr schönes und harmonisches Resultat sehen. Und sicherlich werden wir hier noch das eine oder andere bei ihr noch anpassen müssen, vor allem die Stirn und die Krähenfüße, aber das zeigt sich dann nächstes Mal.